Hallo, herzlich willkommen bei mir in der Kochpack. Ich werde euch heute wieder beweisen, dass ihr in der Lage seid, zu backen. Es ist nicht schwer. Ihr braucht ein paar Soutaten und schon könnt ihr etwas Wunderbares zaubern. Heute bringe ich euch bei, wie ihr einen Sandkuchen backen könnt. Ihr braucht für einen Sandkuchen Sand und eine Kuchenform und schon ist der Sandkuchen fertig. Hier kommt der wichtige und einzige Arbeitsschritt. Ihr müsst transportieren den Sand in der Form, dann umschütteln, fertig. Das Gute an dem Sandkuchen ist, ihr müsst ihn nicht essen, ihr könnt verschenken. Immer weiter schenken, der, der einen bekommt einen Sandkuchen, einfach weiter schenken, weil noch nicht statistisch wissenschaftlich erwiesen ist, ob gesund ist ein Sandkuchen, man weiß es nicht genau. Bevor wir da nicht ein klare Untersuchungsergebnis haben, bitte nicht essen, sondern nur verschenken an Menschen, die man lieb hat. So, das war alles, was ihr machen müsst. Guck, das ist doch wirklich kinderleicht. So, ich zeige euch jetzt, jetzt nimmst du den Teller, machst den Teller auf der Form. Jetzt kommt, wichtig, umdrehen. Ta-ta-ta-ta, sagen wir in Frankreich, ta-ta-ta-ta. So, jetzt gucken wir, ob es gut geworden ist, sein Kuchen. Voilà. Es ist so einfach, bitte. Ihr könnt sehr gut backen. Habt ihr gerade gemerkt, ihr könnt es sofort machen zu Hause. Kein Problem. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bringe euch bald wieder etwas Neues bei. Und dann seid ihr wieder herzlich willkommen bei mir in der Kochbach-Kochbach-Kochbach-Schule. Bis dann, au revoir, salut. Mehr vom Elefanten in der ARD Mediathek.